Jetzt zu den Nachrichten. Gestern Nacht lief vor der Arktis ein Schiff auf Eis. Das Leck konnte noch nicht gestopft werden. Experten erwarten, dass noch mindestens 5 Millionen Tonnen Öl auslaufen werden. Wir halten dann weiter auf dem Laufenden. Jetzt der neueste Song von Tom Beretzko. Muss nur noch kurz das Klima retten. Danach fliege ich zu dir. Noch 20.000 Eisbären retten. Wer weiß, was denen dann noch passiert, denn es passiert so viel. Muss nur noch kurz das Klima retten. Und gleich danach bin ich wieder hier. Okay. Okay. Let's go. Okay. 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 Oh, scheiße! Öko-Unden! Lauf! CO2 und Öl, das war wieder sowas von klar. Wäre ja auch fast zu einfach gewesen. Okay, dann lass es uns zu Ende bringen. Schon wieder ein Opfer. Um unsere Erde mit ihren Lebensräumen zu schützen, müssen wir jetzt echt gegen CO2, Öl und andere Umweltschänder ankämpfen. Hilf auch du mit beim Kampf für die Eisbären und viele andere Arten. Allein hat die Öko-Unden keine Chance. Unterstützt sie und stoppt die Verbrecher. Hinweise und Indizien an die JBN. Infos und Hilfe unter www.jbn.de 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 www.jbn.de